Wissen die nicht, wie die bremsen? Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Heute spielen wir wieder Lego Jurassic World und wir müssen scheinbar hier hinten, um die Mission zu starten. Das ging ja schnell. Nach dem bedauerlichen Unfall im Jurassic Park kehrte Dr. Henry Wu 1994 zur Issa Nuba zurück, um das Aufräumteam bei der Bestandsaufnahme der Exemplare auf der Insel zu unterstützen. Vor 15 Jahren hatte John Hammond einen Traum. Doch in der nächsten halben Stunde wird John Hammonds Traum in anderer Gestalt in Erfüllung gehen. Heute Abend werden wir den Jurassic Park San Diego mit einer mega attraktiven... Das Schiff ist da. So früh schon? Wissen die nicht, wie die bremsen? Zack, helfen wir dem Mann, ne? Hier bauen wir mal irgendwas hin. Zum Jumpen. Oh, ich jump natürlich daneben, ich Idiot. Nehmen wir mal die. Die kann besser jumpen auf jeden Fall. Kann man dir helfen? Oder kann man dich verprügeln? Dich kann man verprügeln. Aber die spawnt auch wieder. Na, wir brauchen das Teil von da unten. Okay, das war einfach zu finden. Zack. Drehn, 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 drehn. Hallo? Drehn, 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 drehn. Was ist da dran eigentlich so schwierig? Das Ding immer zu... Hallo? Ich drücke auch drehn ganz normal in die richtige Richtung. Ehe. Kontrolliert den Laderaum. Vielleicht gibt's noch Überlebende. Na, dann machen wir das doch mal. Aber erst gucken, ob wir dem hier irgendwie helfen können. Können wir das Auto hier kaputt machen oder so? Ne, noch nicht. Okay, dann müssen wir erstmal in den Laderaum. Das muss er machen. Ich hab Angst vorm Dunkeln. Was war das? Okay, hier war ganz schlechtes Zeug dran scheinbar. Ne, bleibt nicht liegen. Okay, dann gehen wir hier weiter. Hier müssen wir, glaube ich, irgendwas kaputt machen, um hier rüber zu kommen, oder? Rein logisch gesehen. Oder können wir da einfach rüberjumpen? Ne, wir müssen hier hoch. Dim, di, dim. Zack. Können wir hoch. Kran steuern. Ah, da können wir dem helfen. Das ist nice. Boah, wie lange der braucht, um hier rüber zu kommen. Fährt er überhaupt näher? Jetzt fährt er näher auf jeden Fall. Gerade ist er, glaube ich, gar nicht näher gefahren. Ja, der ist befreit. Was ist da drin? Boah. Oh. Das rastet wüsste. Oh. 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 Okay, dann gehen wir erstmal zur Kollegin hier unten. Gehen wir erstmal mit der kurz weiter. Ach, das sind Gegner? Du darfst dir nicht sein. Das ist Privatgerände. Boom. Zack. Okay, was ist hier? Da brauchen wir irgendwen anders. Zack. Alle zerstören. Und irgendwas zusammenbauen. Zack. Zack. Und hier brauche ich einen Anlass. So. Hier bin ich dran. Komm. Geh doch tot. Was ist denn so schwer, da dran tot zu gehen? Äh. Äh. Wer kann das? Kann das der andere? Muss der dann auch hier hin? Äh. Zack. Hier rüber. Zack. 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 So. Dann löst er das mal eben hier. Unten rechts, oben rechts, unten links, oben links. Zack. 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 Wow. Irgendwas gelöst, was mir wieder neue Dinger gibt. Damit ich wieder irgendwas lösen kann. So. So. Was gibt's hier noch? Die andere Seite. So. Das Ding kriegen wir hier aufmachen. Das Ding kriegen wir hier aufmachen. Da brauchen wir aber wieder hier Miss Marple von drüben. Warum gehen die überhaupt alle immer rüber? Die sollen mal mitkommen hier. Mann, Mann, Mann. So. So. Wo bin ich? So. So. Das war verbuggt auf jeden Fall ein bisschen kacke. Was gibt's hier noch für Container? Was gibt's hier noch für Container, so? Kann man hier irgendwas spawnen? Nein, kann man nicht. Also springen wir hier wieder rüber. In der Hoffnung, wir fallen nicht wieder runter. So. Dann nehmen wir ihn wieder. Ihr dürft hier nicht sein. Zack, zack. Komm schon. Zack. Oh, wie viele sind denn das? Oh, da kommen immer mehr, oder was? So. Was hätten wir? Hier sind Not 2. Zack, zack. Was passiert jetzt? Lassen Sie das! Oh, oh. Oh, fucking T-Rex. Und nicht gerade der kleinste. Oh, das Bild hat gehangen. Wir werden ein größeres Boot brauchen. Hehehe. Okay. Wir haben alles hier um das Tier zu bändig. Wir müssen es zum Hafen bringen. Wo ist das Jungtier? In einer Gesicherten Anlage. Warum? Wo ist diese Anlage? Wie ficken wir den Großen? Wir folgen den Schrein. Ich schreie also. Kann der nicht mal in unsere Stadt wüten und alle Ampeln kaputt machen? Was heut da durchgegangen? Ich glaube ich darf jetzt wegfahren. So, eins von drei. Zwei von drei. Komm, schrei. Komm, schrei. Ich bewirf den einfach trotzdem. Der explodiert alles und den interessiert es gar nicht. Der holt ein Ei, okay, cool. Oh, da wär geil gewesen mit der Rampe. Okay, jetzt springt er trotzdem über die Rampe. Okay. Das war verbuggt. Hui, einmal rechts abbiegen bitte. Oh, fuck. Wir wüffeln mit Würstchen. Komm, schrei doch mal wieder. Was ist denn los bei dir? So, dann haben wir fast abgehängt, oder? Aber ist das gut, dass wir den fast abgehängt haben? Ich weiß es nicht. Ich bin mir da noch nicht sicher. Wir müssen aber gleich hier am Dings angekommen sein. Da über die Rampe. Komm. Wohin fährt der Bus? Zack. Wir brettern da voll durch. Ja. Oh, da bist du. Okay. Okay. Die Geschichte, die vergessene Welt wurde auch beendet. Wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge von Jurassic World. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Bis dahin. Haut da rein. Ciao.